Ouh... Das ist der... Das ist der Whispering. Du hast halt letztens mal gesagt, ich soll mir mal die GVGs von den Franzosen angucken. Ich hab's versucht. Aber alter Vater, das wuckelt ja so krass bei denen, das kann man sicher nicht angucken. Passt ein bisschen... Hat irgendjemand einen Cleans drauf? Jo. Sehr gut. Ähm, wir haben in der Backline einen Silence, ne? Oh, ich geh mal... Nee, Ezog geht mal tappen. Oh, das hilft reißen. Keine Zeit. Komme. Zurück, zurück Ezog, zurück. Ich mach die andere. Ich mach die andere. Ich mach die andere. Der Tank ist down fast. Der Tank ist down. Der Tank ist down. Huch ein, lass Manner recken. Kommen die wieder, Lars? Ja, ja, das ist der Whisperin, das ist der Whisperin So man, bis jetzt haben wir uns wieder hochkommen Hier komm ich aus, oder? Wäre nice wenn wir den Warbow kriegen, ne? Ich weiß was das doch immer für ein Bow ist Ja, Whisperin Ob es sind zwei, kommen wir oben Wir haben die eigentlich jetzt immer so scheiße hier an Genau Feuer und Tank sind oben Cybercrasher, Buffhut bitte Was sind das für komische Geräusche, Junge? Ich hätte keine Ahnung, irgendwas dreht gerade total ab Hiltabatter Pass auf Alles Der Tank geht gleich wieder down Zurück, Cyber, zurück, zurück, zurück Ne, alles gut, alles gut, mach weiter Der Tank geht auch down Oh nein, ist noch was Oh nein, ist noch was Bin im Block, bin im Block, bin im Block, bin im Block Oh, überhaupt Beam Nicht zu weit Habt ihr genootet? Ja Geiler 4-3er-Umhang oder eine 4-1er-Tasche Alter, was hat denn da für eine Range? Ja Können wir mal drauf gehen da? Der ist über sie Was ist das? Ich schubs den gleich zurück, ich schubs den gleich zurück Ne, wollt ihr nicht? Doch doch, aber wir waren alle low, deshalb Das aber Ein Mensch war low und wenn ihr den Beam drauf habt, ihr könnt bestimmt glauben, ihr braucht nicht zwei Meter neben mir rumstehen Lass ihn mal zurück, Cyber, Cyber, ganz weit zurück, ganz weit zurück Soll ich hinterbrechen? WTF? Mach ich, mach ich, mach ich, mach ich. Nee, kann ich nicht? Doch, kann ich. Warum? Gib mir mal ein Target. Der Bogen vielleicht? Ich bin auf dem Feuer hinten. Hab dich, Cyber, hab dich. Nicht wegrennen. Ich wollte nur aus der Range. Ja, aus meiner Range. Bogen, 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 Bogen. Wieso geht der nie auf den Bogen? Fahr grad drauf. IK Hammer, Piercer. Pass auf, Cyber. Mach den Arcan, mach den Arcan, mach den Arcan. Ich geh mal zu diesem Tank los. Oh, nee, ist der Tank. Das ist der Arcan. Kann du auch noch gehen? Wie gesagt, der Warbo wär noch nice. Ja, nur der Warbo. Lass den einfach kommen. Hör 163 an. Ja, irgendwie mal so eine Target machen. Ja, irgendwie mal so eine Target machen. Die Sound von den Tappen ist ja wohl voll bescheuert. Ach was, hab ich doch gestern gedacht im 101, dass ich sterbe. Ja. Äh, das ganze Geh kommt wieder auf die Farm, oder? Ja. Komm noch mal? Ja. Nee, nur der Bogen-Alarm. WTF, was hat der für Ranger? Das ist der Whispering-Bogen. Warum schießt ihr nicht? Das war eigentlich gleich schlecht. Der hat keinen Stun, man. Ja, ohne Witz, der Bogen ist scheiße. Das ist halt... Der macht ganz gut Damage. Aber das ist halt... Wurz was bringt. Was ist das, wenn die tappen? Das komische Geräusch? Wir hatten 5 Zweier-Great-Fire-Stuff an. Ich dachte grad, die haben unten getappt, Alter. Was war das für ein Geräusch? Das waren die Punkte, glaub ich. Nee. Das ist wohing und sind die Punkte. Ja, aber es war grad bei 30 Sekunden. Da sind keine Punkte getroppt, oder so. Stimmt auch wieder. Ja. Das war der komische Bogen mit dem Auto-Attack. Wollt ihr zurückreiten? Wollt ihr das Gear reinlegen? Können wir auch reiten. Ist ja nicht so weit. Dann nehm ich mal mein Pferd raus. Und geh schon mal nach drüben. Das war elegant. Alter. Fruigens. It's okay, down! Nein! Kann er 10 Stunden nicht aufsetzen. Jetzt bin ich sauer. Jetzt mach ich die noch mal kaputt. Dann kommt man. Kommt noch nicht mal so ein geiles Ding-Din-Din-Din-Din-Din. Vielen Dank.